Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Gameplay Check. Nach einer gefühlten Ewigkeit zeige ich euch mal wieder ein Playstation Vita Spiel und zwar gucken wir uns heute Assassin's Creed 3 Liberation an. Ich habe die Cartridge schon reingelegt, hier seht ihr auch schon das Symbol, deshalb gehen wir hin und klicken das mal an und gucken uns mal genau an, was es mit Assassin's Creed Liberation denn so auf sich hat. Ja, das erste Assassin's Creed für zumindest die Vita, auf der PSP gab es ja schon mal eins und auch auf dem Nintendo DS, also Assassin's Creed, die Franchise an sich, fühlt sich ja auf Händheitssystem bereits wohl. So, und ich hoffe ihr könnt das jetzt relativ gut erkennen. So, Verwendung von Standortdaten für die Anwendung zulassen, nö, nicht zulassen. Diese Meldung kennt man hierbei, Assassin's Creed mittlerweile. So, drücken wir mal Start und gucken uns wahrscheinlich sofort mal den Story-Modus danach kommen. So, Neu Spiel. Ich bin gespannt. Reise durch die Zeit. Erlebe Geschichte neu. Durch Abstergos Erkenntnisse über die genetische Erinnerung, ermöglicht dir der Animus, in der Vergangenheit zu spielen. Mit diesem Produkt kannst du die echten Erinnerungen von Aveline de Grand Prix nacherleben. Eine Assassinin im 18. Jahrhundert, die zwischen zwei Welten gefangen ist, und ihre Bestimmung sucht. Das Gestern gehört dir. Geschichte ist unsere Spielwiese. Animus. So viel dazu. Das sieht mir wie ein Ladebildschirm aus. Ich hoffe ja mal, dass der Autofokus bei diesem Spiel gut funktioniert. Meine Kamera hat da leichte Probleme bei Handhelds. Aber wir hoffen ja, von mir da mal das Beste. Und es dauert, bis man echt im Spiel ist, finde ich. Da geht's los. Das dürfte dann die kleine Protagonistin sein. Ein bisschen über das Spiel habe ich mich ja bereits informiert. Und das im Hintergrund bin übrigens ich. Hallo. So, benutze L, um dich zu bewegen. So, wir müssen wahrscheinlich dieses Huhn jetzt fangen. Ja, das Huhn fangen. Halt R gedrückt, um zu rennen. Gleich habe ich dich. Und die rennt aber nicht wirklich schnell. So. Katzin. Komm zurück. Und hier werden gerade Sklaven verkauft. Ich habe dir gesagt, benimm dich, Kongo. Wie ich bereits erwähnt, Monsieur. Der ist stark wie ein Ochse. Er ist gesund und komplett. Bis auf die vierten Zehen. Maman? Ja. 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 Okay. Ich drücke R, um unter die Wäsche zu schlüpfen. Okay. Wahrscheinlich hier. Ja. Okay. Da geht es weiter. Wahrscheinlich. Da ist die Mutter. dann gehen wir mal weiter und dass die einfach so ihr kind verliert spricht er nicht wirklich für die frau interagieren war die falsche wieso wird er denn jetzt haben wir so aggro man da hält man einfach eine falsche frau für seine mutter und schon wird man hier angepöbelt jetzt haben wir einen kleinen zeitsprung erlebt einige jahre sind jetzt um und wir müssen jetzt auch noch kämpfen so auf quadrat kann ich angreifen und die hat wirklich faustdick hinter den ohren so auf kreis kann ich blocken feindlichen angriffen ausweichen und dann einfach mal zurück schlagen hier wirklich konnte auch gar nicht einfach drauf button meshing vom feinsten hier so erledigt schlaffis lassen sich von der frau verprügeln ok was hat der denn da kam da gerade eine schlange aus seinem mama raus meine güte ok schien ein albtraum zu sein ist die mutter oder ist das nicht die mutter da kommt ja die frage auf was ist mit der normalen mutter passiert mit der echten mutter wo ist die hin die hat sie wahrscheinlich nicht wiedergefunden krass sonst würde sie sich ja nicht fragen ob sie tot ist auf jeden fall ist die nacht zu schade zum schlafen tja party girl schnell mal in die schulmädchen uniform rausgekramt nein natürlich nicht das ist jetzt das assassinen gewand würde ich sagen tippen und schon geht es raus in die wildnis von orleans new orleans wie auch immer und er lädt oft und recht lang muss ich sagen dieser kleine animus dieses kleine animus zeichen deutet daraufhin so ok jetzt kann ich mich zumindest wieder bewegen so zum taubenschlag gehen hier unten wird also das ziel angezeigt und schnell gehen auf x wenn ich mich beuge kann ich da runter gucken fallen lassen auf kreis so natürlich jetzt hier auf und uns fallen lassen in bekannter assassin's creed manier so und dann gehen wir mal zum taubenschlag und interagieren damit mal ich habe an einer günstigen stelle eine umkleidekammer für dich eingerichtet von der spitze der kathedrale wirst du sie sehen ok den aussichtspunkt auf dem glockenturm erreichen dient also auch immer noch als kleines tutorial und steuert sich wirklich wie der große bruder oder auch nicht ich muss mich dann immer so ein bisschen an die psv vita gewöhnen weil die ja doch was kleiner ist als die natürlich großen konsolen und auch natürlich als ja die knöpfe sind halt kleiner als bei einem herkömmlichen controller deshalb ist das immer so eine kleine ungewöhnungs sache für mich weil ich auch noch nie so wirklich viel mit der playstation vita gespielt habe aber funktioniert eigentlich ganz gut noch weiß ja nicht was dann noch so auf mich zukommt so dann klettern wir mal drauf folgen diesen blasen und erklimmen mal den glockenturm hier ich hoffe ihr könnt das mal noch gut sehen da geht es weiter das klettern funktioniert wirklich gut das bin ich oben angekommen und jetzt geht das spiel quasi los ein spiel von ubisoft sophia und ubisoft montreal assassin street 3 liberation so die sklavenverkleidung anziehen sklavenkleidung wir gehen mal hier drauf und synchronisieren das kennt man ja aus den ganzen anderen assassin street spielen und das sieht auch hier fulminant aus muss man dazu sagen und jetzt gucken wir uns mal an wo dann die sklavenkleidung steckt die ist in der richtung auf jeden fall dann springen wir mal hier kurz runter und suchen mal unsere kleidung so rollenauswahl geht zur kammer und rücke kreis um sie zu betreten tippe auf ein symbol um eine rolle zu wählen du kannst die rolle auch mit dem rechten analysieren auswählen und dann zum bestätigen auf x drücken aber ihn verlässt die unkleidekammer in der gewählten kleidung tun wir das doch mal also gehen wir rein und jetzt sind wir hier in einem separaten menü also assassin kleidung noch nicht verfügbar aber sklaven ist verfügbar dann ziehen wir uns mal kurz um und betreten als sklaven wieder die stadt also man hat hier wahrscheinlich mehrere kleidungen dann noch später zur auswahl die perfekte tarnung versteck dich in einem wagen und folge den karren um den ort unbemerkt zu finden so in der sklavenkleidung bist du schwach im kampf aber du kannst leicht untertauchen und multe anstiften in der sklavenkleidung kannst du überall klettern in der sklavenkleidung kannst du in gruppen von arbeitern die kissen tragen untertauchen und senke den bekannter skratz der sklaven indem du in beliebter kleidung steckbriefe abreißt ok also ich muss dann hier zu den stadttoren gehen als sklaven verkleidet und ja das spiel sieht wirklich bombe aus muss man das so sagen hier kann ich euch mal so ein bisschen die umgebungsgrafiken zeigen und das sieht wirklich nicht schlecht aus es haut mich zwar nicht wirklich vom hocker muss ich dazu sagen aber wenn man bedenkt dass das ein handheld spiel ist und klar die playstation wieder natürlich ein starkes system ist ist das hier aber schon relativ ansehnlich und gut gemacht so also ich mache mich jetzt auf dem weg zu den stadttoren und beende jetzt hier einfach mal den gameplaycheck zu assassin's creed 3 liberation das war die erste viertelstunde vom spiel wenn ihr mehr sehen wollt sagt mir bescheid ansonsten diskutiert mit ich würde mal gerne eure meinung zu dem spiel erfahren bleibt ihr beim normalen assassin's creed 3 oder greift ihr auch zur playstation wieder fassung erzählt mir ich freue mich drauf verbleibe aber hier mit den besten grüßen wünsche ich wie immer viel spaß beim zocken adios und bye bye großartig